hallo und herzlich willkommen hier auf meinem kanal schön dass du wieder eingeschaltet hast bevor es zum nächsten part kommt beziehungsweise das video mache ich ein bisschen vorher werden sich einige fragen du hast ja die uncard version wie hast du die deutsche untertitel bekommen ganz einfache lösung ich verlinke euch eine exe datei in die videobeschreibung die könnt ihr herausfinden das habe ich selber auch gemacht dann erstellt sich daraus ein ordner mit den deutschen dateien und die fügt er einfach plötzlich einen steam ordner ein wo er die uncard version installiert hat mit einem vpn dann ist es aber irgendwie so dass sie keine erfolge bzw errungenschaften kriegt das habe ich dann so gelöst ich habe mir die original dateien via steam fehlersuche zurückgeholt und nur diesen ordner base kopiert und dann hatte ich auch die errungenschaften wieder und der rest war trotzdem in deutsch beziehungsweise deutsche untertitel ja ich hoffe ich konnte euch weiterhelfen wir sehen uns im nächsten video bis dahin und ciao bis dahin und dann Vielen Dank.